hey leute und willkommen zu einer runde minecraft bad wars mit mir dem torben und ich muss mich zu amfang erstmal rausperren wir spielen auf dem web wonderland größte 4x3 heißt es wird eine mittellange runde ziemlich entspannt hoffentlich wenn wir ein gutes team haben so wir sind in team rot wonderland ist ja eigentlich eine ganz schnick finde ich also zumindest mit togi und flori macht sie mir immer sehr viel spaß ok weiter geht's leute komm bau 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 bitte so komm bau kollege it's your time danke it's your turn habe ich your time oh my god nee so baut schneller bitte baut schneller denke denke ich hole mir auch eine sogenannte spitzhacke weil das ganz weil das ganz vorteilhaft sein hoff befehl weil das ganz vorteilhaft sein kann wenn ich jetzt direkt zu anderen teams rutsche ich freue mich leute so es ist ja auch das bad update raus seit heute ich habe versucht alles mögliche zu tun um in so eine verkackt neue map zu kommen aber aller liebe es hat einfach nicht warum baut er sich denn so komisch ich sag warum baut er sich so komisch und bau mich noch viel komischer aber egal so ein bisschen gold gesnaggelt wie so ein kleiner king ja lass mich mal bitte hier wieder zurück na so gut danke da hat der torben den dicken bohr auf live also nicht den dicken sondern den zweitbesten weil ne ich hole mich den zweitbesten ich hole mit denen was hat er denn stärke nicht schlag ne dann bräuchte hier noch nicht so dann bräuchte ich natürlich noch ein pfeil sonst könnte ich mir jetzt noch ein einzelnes schwert graben aber so kann ich mir natürlich keins mehr graben mir ist ganz schön kalt du aber der winter den ich erwartet habe der ist auch nicht oder leute bei euch ich weiß es nicht also bei uns hat einmal geschneit öfter nicht wirklich nicht also heiligabend waren es irgendwie zwölf grad hier also gut ne ich mein kann man sich anders vorstellen jetzt im moment sind keine ahnung wie viel weiß ich gar nicht moment wir sind ach ok wir sind hier im rot ok jetzt im moment weiß ich gar nicht wie warm es ist aber es ist nicht kalt es ist vielleicht drei grad mehr vier keine ahnung irgendwie so aber auf keinen fall der minus gerade ja minus gerade sind in diesem winter wirklich war nur an diesem einen tag holy shit ich bin fast da aber er hat genau das gleiche gekippt wie ich sage ich weil er mich auf ein halbes herz down gemacht habe und ich ihn down gekriegt habe also er hätte genauso gut der gewinner dieses duell sein können wenn ich nicht umgeheißen hätte hießen hätte ich weiß es gar nicht er dachte sich auch so ja kommen ich versuche es einfach mal das gewittert drei drei ist daneben gegangen da habe ich auch wieder gold und das ist mir auch ihn nach vor der ich ziehe mir wieder zurück warum noch ein schickes eisenschwert er baut unser bett ein oder sie oder was auch immer so mit diesem wunderbaren gold dann brauchen wir eine kiste eine sogenannte chest na ich bin aber zu inkompetent diese sogenannte chest zu kaufen so direkt hier wunderbar in einrichtungstechnisch hochwertig gelöst gut ja da sind jetzt schon sieben gold drin ich will nicht alles gold an mich nehmen sonst hätte ich jetzt auf den besten bogen gespart aber ich will auch meinen kollegen etwas können ja man muss ja auch ein bisschen gönnerhaft sein so ihm schießen wir mal einen schuss rein um ein bisschen respekt zu verschaffen hier die alter ich bin richtiger gold transport ohne witz immer wenn ich in die mitte kommen die ich dir acht gold aber gut ne ich bedanke mich mal wenn sich das kein anderes team snack dann tor bleib hier plies ja ich komme sofort wieder versprochen süßer moment ich bringe das eben weg ich habe acht gold und dann kaufe ich mir nämlich den best bow of life so ja da ist wirklich best bow of life da ist er sagt ok ich komme ohne erst tot auch man ich wollte so gern helfen aber es wird nicht funktioniert aber warte okay beide weg auch weg oh fuck bleib mal weg hier von mir ohne witz na so geht das ja gar nicht okay naja habe ich nicht erwischt komisch alter ich habe meine hex ausgestellt ohne witz kann ja wohl nicht wahr sein so ich die tnt schaffe sind anscheinend weg sie sind zwar nicht hochgegangen aber sie sind weg okay 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 ich muss den gute kippen da unten eigentlich da und kriegen weil alter ich treffe alle nacheinander ne aber nicht den richtigen ach man fick dich doch jetzt hast du deinen billig bau da gesnaggelt aber das ist mir eigentlich auch scheiße ja hier baut sich irgendeiner gerade hin ah der gelbe okay da muss man wieder kurz ein bisschen hier abstand halten na von dem geschirr so ich werde auch schon abgeballert das wäre richtig uncool wenn ich runter geschossen werden würde von dem denn wer schießt denn bitte auf mich wer tut sich wer tut denn so was es ist ja ist ja die höhe ja ja okay ja go come try it voll der kollega ey okay war jetzt nicht so die krasse challenge den zu töten ja komm einfach go bam einer weg der digger mit schwert hier oh fuck ja weg du mit deinem rückstoßstock ey nein geh weg sagte ich danke halt die fresse meinen jump xd ausrufezeichen y so erstmal ihm dann hieb verpasst ja okay er will zu uns okay er ist dumm wie sonst was ja oh alter ich zitter ein wenig ich weiß nicht ob man das in der festkam sieht aber es ist mir auch egal weil das war auch ein bisschen spannender jetzt einmal kurz hier so ne ein bisschen so okay es geht weiter ich habe einen strengen tagesplan ich habe viel zu tun wir hatten aua wieso trifft er mich immer er hat hexan alter echt ich schwöre jetzt hat man gesehen wie ich gerade gezittert habe meine das ist kalt oh shit ey das ist echt saukalt oder echt zitter einspannig aber warum das ist einfach eine runde bedwurst boah alter ich zitter echt lol er stand da einfach ich habe ihn gar nicht gesehen okay torm alles gut ne ist nur noch in der bedwurst oder halt es ist nur kälte ne es wird alles gut torm echt wirklich das ist das sag ich dir das ist nur kälte hör auf da herzlichs rumzubauen ey naja dann mach du halt weiter ach jetzt bin ich auch noch hier runter gefallen ey das ist ja wohl nicht wahr kann man hier eigentlich gut mit einer ender perle arbeiten ich weiß es gar nicht tschüss guck mal da kann man wenn man jetzt gut ist kann man sogar da durch treffen ja so gut bin ich aber nicht also er stand einfach nicht richtig okay die sind alle nicht mehr die besten Equip Dagger nur noch ihnen so jetzt haben sie eigentlich nicht viel okay go zack 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 go bombastisch Dagger fantastisch einer weg gemacht von die Field zack hier geht's lang boom 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 ganz ohne Probleme geht das hier lang Digger Wahnsinn dieser Kerl was alter ich bin so behindert ne ohne jetzt kann das ja das kann ich bin mir ziemlich sicher dass das kann so okay nur noch Team Blau das war doch eine entspannte Runde auf der Map Cube World boah Cube World habe ich früher auch mal Let's Played ist Jahre her guck mal ich habe noch immer die 1er Chessblade aber egal oh ja Cube World das war noch Zeit ne Leute ich finde das übrigens richtig cool dass wir im letzten Monat fast 500 Abonnenten dazu bekommen haben also das ist äh krank sag ich jetzt einfach mal für uns und da will ich euch ganz 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 doll danken ich hoffe ihr macht weiter so fleißig ich hoffe ihr drückt weiter so fleißig auf den Abonnieren Button dann kriegt ihr auch eine Belohnung nämlich dass wir immer mehr Videos tolle machen so jetzt habe ich 17 Gold ne ich könnte mir jetzt natürlich so eine so eine 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 sogenannte Ender Perle kaufen das werde ich auch das war richtig Verschwendung aber gut weil das Ding ist ich werde die ja gar nicht benutzen weil ich würde ja sterben wenn ich mich mit diesem Vollequipment aus Eisen da 3 Stück anlege ich hätte mir lieber einen sogenannten Stärketrank kaufen sollen ich bin eigentlich hier hingegangen um Blöcke zu holen ne und das tat ich dann aber wieder vergessen so Blöckchens wo Alter sieht man das in der Facecam ne das sieht man nicht okay gut weil so ab mein Arm äh ab mein Bein wird's kalt also meine Arme sind auch schon äh kalt aber da geht's noch ne aber okay dass man die Beine nicht in der Facecam sieht wusste ich bereits er hat's richtig sneaky gemacht okay okay er hat einen auf Torben Taktik in etwas äh leichterem Stil gemacht er hat's einfach lol lol einer weg okay pass auf ähm wie soll Torben das machen wie soll Papa das machen komm er gönnt sich jetzt ein bisschen einfach um die Runde noch ein bisschen in die Länge also er zieht die nicht mehr in die Länge aber also er macht die jetzt ein ganz kleines Stückchen länger weil er gönnt sich jetzt einen Stärketrank snackt sich dann ein sogenanntes Steak lol der eine ist einfach gestorben der vollgekript war oder die viel mehr so passt auf da oben kommt ein Blauer der hat Besten Bogen aber der mit Besten äh der hat kein der Torben hat Besten Bogen das weiß er auch nicht weil die haben einfach nichts mitbekriegt von alledem aha aha okay Stärke for the win weil mit Stärke gewinnt man immer oh kack die war scheiße nein no nein okay ich hab die Runde nochmal in die Länge gezogen gg würde ich mal behaupten bam erstmal warte ich möchte noch äh ein bisschen Rüstung haben ja mach shit ja geil ich hab folgendes Achievement erhalten missklick und jetzt hab ich ein Inventar voll Hüte du 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 Yo, 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 Kurt. Ich glaube, wir beide, ne? Ja. Okay. Er fragt mich einfach, do you speak German? Gut. Gut. Warte, ich schreibe mal, du bist im Internet, auf YouTube. Oh, sie kommen, sie kommen. Mama, sie kommen. Bisher hast du eigentlich alles du gemacht. Das mache ich ja immer. Du bist auf YouTube. Auf YouTube, im sogenannten Internet. Hä? Ich verstehe diese Welt nicht. Was ist, ist YouTube? Ist das im World Wide Web? Guck mal, was lustig ist, dass wir schon wieder einen Bogen haben, ne? Ich schreibe einfach mal. Ja. Ja, aber jetzt erwarte bitte nicht so was Großes wie Ungespielt oder so, ne? Ich bitte dich, damit muss ich dich dann leider... Warum? Er denkt sich jetzt einfach, cool, ich hab Gold, aber... Ne, ne, Freundchen. Gib mir einen Moment. Ich muss den eben vernichten mit meinem Bogen. Jetzt kommt Ball Spamming Power des Todes, weil der hat nicht mehr viel. Okay, I know that. Hä, wo ist er? Wo ist er? Ach, das soll mal einer erklären. Alter, kann es sein, dass irgendwie alles stillsteht? Ist... Ist alles okay? Oh, hä? Das soll irgendwie voll... Wie nennt sich das? Dieses, ähm... Ähm... Dieses, ähm... Stillleben. Alle, es war alles still auf einmal. So cool. Ich dachte, ich hätte jetzt, äh... Connection Problems. Aber dem war anscheinend nicht so. So, er guckt jetzt natürlich erstmal in der Runde. Nee, leider nicht. Nee, noch nicht. So, ähm... Der ist auch gut. Mann, ich hab keinen YouTuber-Rank. Da muss ich noch ein paar mehr Abonnenten dazu kriegen. Warum hab ich mir diese 3er-Chess-Patch gemacht und sie nicht angezogen? So, jetzt bin ich richtig krass equipped. Nee, ich verbiete dir das. Ähm... Weiß... Ach, der ist da hinten. Ja, 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 ja. So... Leute, ich hab ihn in der Luft gecatcht! Jawoll, das war ein schöner Schuss, ey. Ach ja, GG. Nee, ich wiederhole mich nicht, GG. So. Ähm... Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch auch gefallen, genauso wie mir. Ähm... Ich komm nicht auf den Kommentars, wenn, dann musst du auf meinen Kommentars kommen. Okay, Leute, wir sehen uns dann, wenn ihr ein Like da lasst, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut herein! Ich wünsche euch... Was wünsche ich euch? Also, wenn ihr in Nordrhein-Westfalen wohnt, wünsche ich euch schöne letzte 3 Ferientage, beziehungsweise für euch nur noch 1 Ferientag. Und, ähm, wenn ihr sonst wo wohnt, ist mir das eigentlich auch egal, weil ich weiß nicht, wann ihr da Ferien habt. Und, ähm... Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut herein! Und ciao! Oh, hoh... Oh, hoh... Oh, hoh...